Und damit herzlich willkommen zum Oracle-Match des Royal Rumbles um den Universal Championship zwischen Kevin Owens und Roman Reigns. Also bitte ignoriert einfach den US-Titon. Der steht hier weder auf dem Spiel noch gehört er eigentlich zu Robin Reigns, der ist mittlerweile bei Chris Jericho. Also ignoriert den US-Titon bitte einfach. Untertitelung. BR 2018 BR 2018 Also dann, Roman Reigns ist schon mal im Ring und hier kommt der Champion. BR 2018 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 Und ich habe mich für Kevin Owens entschieden, weil ich einfach hoffe und ich bete zu Gott, dass er heute Abend gewinnt. Ganz ehrlich, dann zeigt lieber Roman Reigns als Heel gegen den Undertaker, aber bitte nicht Roman Reigns erneut als Universal Champion, bitte nicht. Auf keinen Fall. Da habe ich absolut keinen Bock drauf. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Das ist einfach nur fürchterlich. Also wenn Roman Reigns ernsthaft heute Nacht wieder Champion wird, dann weiß ich nicht, ob ich Raw überhaupt noch gucken möchte, weil das ist einfach boring, ganz ehrlich. Das ist einfach mega boring. Und ich finde einfach, Styles und Kevin Owens haben es verdient, als World Champions sozusagen in die WrestleMania zu gehen. Finde ich ganz ehrlich. Deswegen hoffe ich, dass das auch klappt. Warum die Messe so wenig Gegenwehr geben, weiß ich auch nicht. Sagen wir mal, ich soll endlich mal auf Legende stellen. Wir spielen bereits auf Legende hier. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht noch irgendwelche Regler einstellen kann. Habe ich noch gar nicht geguckt. Ich habe gesagt, ob es so KI-Regler vielleicht, dass man die noch ein bisschen hoch dreht. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ich könnte ja gerne mal in die Kommentare schauen, wenn ihr das zufälligerweise wisst. Reversen wir hier jetzt von Roman Reigns. Wir sind immer dem obersten Ringteil. Was macht er denn jetzt? Ja Roman, hast du Pech gehabt, ne? Scheiße war! Oh mein, ein Explosives-Suplex! Yeah! Komm, steh auf! Warte! Und zack! Nice! So! Roman, zurück in den Ring! Mit dir! Hupala! Oh! Entschuldigung! Warte mal! Wenn du schon mal da bist! Oh fuck! Entschuldigung! Ah! Es tut mir leid! Ey, willst du mich vielleicht mal mit dir in den Ring nehmen, du Arsch? Glaub ich ja jetzt, wach! Oh fuck! Das war zu spät! Das war nicht gut, das war nicht gut! Fuck you! Mann! Ah! Oh! Achso, übrigens, kleine Information, Chris Jericho, ne? Wird ja bei diesem Match als Käfig oben, also über dem Ring in einem Käfig quasi sitzen, sodass er halt eben nicht eingreifen kann. Bin ich auch mal sehr gespannt drauf, das ist bestimmt lustig. Vor allem, was sie sich da vielleicht für die Idee... Es ist nun was Neues, ja? Es ist nun was Neues, ich hoffe halt nur nicht, dass Kevin Owens deshalb halt verliert, dass man ihn so darstellt, als könnte er ohne Chris Jericho niemals überleben. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, das Ganze läuft auf dem... Scheiße! Auf dem Universal Championship Match zwischen Owens und Jericho bei WrestleMania raus. Das wäre so nice. Das würde ich echt hart feiern. Oh! Entschuldigung, Ref. Wurde nicht. Yo! Was! Komm! Steh auf, Roman! Merkst du, dass es dem Ende zugeht, ne? Na komm! Es ist echt krass, wie wir nicht gegenwärts liefern. Also ich werde da auf jeden Fall mal gucken. Warte mal. Äh. Wieso macht denn der nix? Der wippt mich und macht nix. Jetzt aber erstmal ein Close Line von Roman Reigns. Aua! Hey! Hey! Hey, du Arsch! Hey! 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 Ziel und Ziel von Kevin Owens. Huch! Na komm, hieb ihn auf! So! Sehr Gott! So, Whipping von Owens in die Ringecke. Mal gucken, ob wir Roman Reigns da hochgesetzt kriegen. Woll! Jawoll, jawoll! Das sieht alles gut aus! So, das gibt irgendwas. Es könnte uns Superplex geben. Ne! Was macht der mit dem? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! So! Oh, oh! Ein Tisch hier frei, wa? Kann man doch mal machen. Na ja. Ja. Zähl du ruhig. Na ja. So, Roman. Good fight. Good night. Nein! Der Kotter! Das gibt's doch gar nicht. Er hat der Kotter! Das kann nicht wahr sein. Vorsicht! Was macht er denn jetzt? Das Whip da und sind die Ringecke? Muss man doch vorsichtig bei ihm sein? Ich weiß es nicht. Aua! Aua! Achja, jetzt kommt der Move. Vorsicht, Vorsicht! Was macht er? Au! Arschgeige! Vorsicht! Ich liebe diese Replays! Vorsicht! Das war sein Finisher? Hä? Okay. What the fuck? Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass das eben sein Finisher ist. Aber okay. Dann ist das halt so. So. Komm, wir zählen mal an hier. Eins. Zwei. Nein. Was? Wollen wir mal aufs Midrope. Mal gucken. Ah! Santon geht nicht durch. So, jetzt halt die Santon. Mein Gott. So, Owens hebt Reigns auf. Mal gucken. Reigns untert natürlich. Oh! Sidewalk Slam. Von Reigns. Und der Kickout von Owens. Sehr gut. Ow. Ow. Also Reigns ist grad so ein bisschen wieder am Drücker. Boah. Ziemlich krasses Knee to the face an dieser Stelle. Und das ist der Konter von uns. Richtig. Und das Cover. One. Two. Ne. Schade. Oh. Äh, sorry. Ich wollte nicht den Ref treffen. Ganz ehrlich. Entschuldigung. Ist der jetzt... Ist der tot? Hehehehe. Der schiebt lieber auf. Ah, jetzt. Pump handelt. Neckbreaker slammed. Und jetzt hoch mit ihm. Und lass es uns beenden, bitte. Ah, ich glaub das geht nicht mehr so, ne? Ne, geht nicht mehr so. Machen wir's halt so. Bam! Papa Powerbomb! One, two. Nein! James! Gibt's nicht. Neck mit dir. Das gibt's doch gar nicht. Nein. Konter, zum Glück. Okay, wir müssen Ausdauer ein bisschen aufladen. Kost. Was gibt das? Oh ja, oh ja. Mann! Nein! Oh! Oh! Superman Punch! Oh! Oh! Gebeck! Ah! Mein Arm! Konter! Sehr gut! He was able to reverse that, pal! That boat! Ahm! Ja komm! Zeigen wir nochmal lustig geilen WTF Move. Kevin Owens! Okay! Sehr nice! Komm rein! Und nochmal den gleichen Move hier, komm! Und jetzt das Cover. Eins! Zwei! Das gibt es nicht! Aber das ist gut. Jetzt hat er nämlich seinen Finisher verloren. Und deswegen... Komm schon. Das Ding muss jetzt durchgehen. Sonst weiß ich nicht, was noch passiert. BAM! 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 Ich hab' gedacht, er ist eins. Damit geht's über! Ich freu mich hier auf die beiden Matches. Cena gegen Stiles. Und Roman Reigns gegen Kevin Owens. Das ist die entscheidende Farberbomb gewesen. Ich hoffe, das ist heute Abend auch der Fall. Dann sehen wir hier wie hier einen Jubel von Kevin Owens. Das wäre extremst, extremst episch! Und ich würde sagen, heute Nacht um 1 Uhr geht's los, 23 Uhr Pre-Show auf dem WWE Network und ab 1 Uhr dann das Live-Event bis 5 oder 6 Uhr, glaube ich, geht das sogar. Ich freue mich drauf, großartiger Royal Rumble-Wetters, richtig, richtig nice und wir hören und sehen uns dann noch im finalen Royal Rumble-Match-Orakel. Bis dahin, ciao und vielen Dank fürs Zuschauen und ganz wichtig, eure Tipps zu den jeweiligen Matches gerne in die Kommentare schreiben. Und eure Erwartungen, ne? Im Sinne, hundert bis Zuschauen und bis dahin. Tschüss.